Hallo Emily, herzlich willkommen im Land Herr Scherrer. Komm mit, ich stelle dir Herrn Wehmann vor. Oh ja. Hallo Emily, herzlich willkommen. Möchtest du gerne in die Küche mit mir oder möchtest du ins Restaurant? Essen ins Restaurant. Ja, dann komm bitte mit. Wow. Mensch, hast du ein schönes Restaurant. Das ist richtig toll, dass dir das gefällt. Das macht doch Spaß hier. Sollen wir mal rumgehen und schauen, was wir alles da haben? Oh ja. Das ist richtig toll, dass wir alles da haben. Und jetzt zeige ich dir die Küche. Das ist ja auch das Wichtigste. Dass du an deiner besten Köche bist, das weiß ja jeder. Aber jetzt musst du mir das mal zeigen. Ja, und ich werde es dir beweisen, weil ich nämlich gut vorbereitet bin und ich mache für dich glasierte Apfelspalten. Und komm mal mit, ich zeige es dir. Das kann man lecker zum Dessert machen und da braucht man nur ein kleines Vanilleeis und ein bisschen Geschicken. Schau mal her. Ich nehme den Apfel hier. Der wird halbiert und dann nochmal geviertelt und nochmal geviertelt. Das heißt geachtelt. Ja, schau mal, so einfach ist das. Die Kante wegnehmen mit einem Woffice-Messer. Dann hier rüber schälen. Das abschneiden. Hier nochmal abschneiden, dass sie alle eine Größe bekommen. Und das Ganze nennen die Köche Turnieren. Diesen leckeren Apfelmaus geben wir es nur oben drüber. Und das schmeckt ganz lecker. Köstlich, oder? Und? Ist das nicht lecker? Super gut. Super gut? Danke für das Kompliment. Dann habe ich dir ja bewiesen, dass ich ein guter Koch bin. Du kannst mir das jeden Tag beweisen. Ja, du bist ja ganz schön raffiniert. Das darf ich immer für dich kochen, ne? Erst soll ich dir zeigen, wie es geht. Und dann schmeckt es dir lecker und dann soll ich das jeden Tag machen. Naja, okay. Wenn du dich gut benimmst, dann mache ich das auch gerne. Ja, Emily, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu kochen. Und? Hast du auch richtig Lust zu kochen? Oh, ja. Ja, dann denke ich mir, da kommen wir öfter mal in die Küche, damit wir richtig schöne Tipps und Tricks zeigen können. Das macht doch bestimmt Spaß. Zum Wohl. Bis zum Wohl. Untertitelung des ZDF, 2020